Ich werde mir jetzt auch GTA kaufen. Endlich! Endlich! Ich habe es schon dreimal gehabt. Ich habe es schon dreimal wieder zurückgegeben. Ich fand es so furchtbar. Oh mein Gott. So. Ich weiß noch, wie Johnny das gespielt hat. Vor zehn Jahren. Als kleines Kind hat er damals schon das gespielt. Nils, du kannst Wolle nehmen. Ich habe das Regal gekauft. Also du musst halt jetzt immer bedenken. Die Kunden haben am Anfang nur die Würfel gekauft. Danach haben sie die Würfel und die Entchen gekauft. Und jetzt teilt sich das halt. Ich weiß jetzt nicht, ob mehr Kunden kommen. Aber wir brauchen jetzt dann nicht mehr so viel. Muss man Fuchs schreiben, wie es ihnen geht. Hi Fuchs, wie geht es denn? Jetzt wollen die 17 Beeren und 15 Würfel. Das ist das. Dann mache ich die Würfel und du die Beeren. Ja, okay. Würfel sind hier. Wo soll ich so wenig? Oh, 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 oh. Dankeschön. So. 15 Würfel. Ja. Ja, wie es mir geht. Na ja. Ich könnte so viel sagen. Ich wachse halt viel zu wenig. Eigentlich wächst der Kanal richtig, richtig gut. Das soll ich vergessen. Ich bin jetzt sieben Monate erst auf dem Kanal. Und habe schon meine fast 500 Abos. Und 220.000 Aufrufe. Das ist für so einen Mini-Kanal richtig, richtig gut. Ich habe meine Beeren fast fertig. Was? Die Beeren? Also die Hälfte. Okay. Sind es die Beeren vom Strauch oder die Beeren zum Knudeln? Knudeln. Sehr gut. Alice, die Würfel sind fertig. Die Würfel sind fertig? Genau, fertig. Hast du schon gemacht? Ja. Da haben wir noch die Bärchen. Ein Bärchen in Ehren kann niemand verwehren. Wir können auch Fuchs mit reinnehmen. Der spricht sowieso relativ wenig. Aber dann kann er uns live hören. Und hat keine Verzögerung drin. Wir brauchen Entchen. Wo sind die denn alle jetzt? Jetzt sind sie wieder raus hier. Warte mal. Wir brauchen noch zwei Bären, Nils. Zwei. Wir haben Zeit. Läuft uns nichts davon. Ja. Es ist nur alleine stressig. Wenn du das alleine machst, ist es echt stressig. Vor allem, wenn du dann die hinteren Maschinen hast, die also weiter hinten sind. Oha, 4400. Ja, das ist richtig viel. Du kannst Dinge mit reinnehmen. Achso, ich kann das machen. Im Discord, weil Fuchs will meistens nicht sprechen. Aber er hat dann zweitermal, wo sind wir denn überhaupt in einer Gruppe hier. Ernie. Ich schaue mal, ob Fuchs mit rein geht. Captain Finn. Mit dem muss ich auch mal wieder spielen. Fuchs, ich lade ihn mal ein. Ernie. Ernie. Fuchs. Bin ich jetzt dabei? Hallo? Ernie? Nein, das funktioniert bei mir immer nicht. Wie kann ich denn jemand in eine Ernie und Fuchs? Ja, so wie du es jetzt gemacht hast, glaube ich. Keine Ahnung. Na, ich kriege den mal nicht rein, die Leute. Achso, er hat nicht angenommen, doch. Früher ging das einfach. Jetzt geht das nicht mehr. Ich habe lange, also ich habe lange kein, das, also ich habe, bitte, ich habe lange nicht mehr so mit Gruppen, also keine Ahnung. Ich lade nochmal ein. Du bist, du bist mit diesen Leuten bereits in einer Gruppe. Ehrlich? Wo denn? Ja, bei dieser, was du gerade erstellt hast. Ja, da steht aber Fuchs nicht, da stehst nur du und ich. Nein. Eintrag. Nils Gaming hat Fuchs Armee zur Gruppe hinzugefügt. Ich sehe Fuchs nicht. Ich sehe nur zwei, ich sehe Ernie und ich. Ernie und mich. Aber ich komme mit diesen, ich komme mit diesen Ding nicht klar mit diesen. Komisch, ich sehe ihn. Ich komme mit diesen. Das ist nicht klar, das ist für mich nicht intuitiv. So, es gibt Entchen, ich weiß schon, die Leute wollen Entchen haben. So, bitteschön, Dankeschön. Ja, schön, Dankeschön, dass ihr alles so viele Entchen kauft. Hä? Ach, sein Fehler ist wahrscheinlich gecrasht oder so. Schau mal, der hat gerade verlassen. Ja, ich habe ihm schon ein paar Mal gesagt, der soll sich bitte um das Internet kümmern. Das ist Kaudo da. So Kaudo da. Na, okay. Hat Fuchs eigentlich auch einen Laden? Das muss ich mal schauen. Fuchs hat er doch. Oder ist das ein neuer Account? Oh, ich kann schnell rennen. Jaaaaa. Queen, Queen Mimi. 55.000. Okay. Wir haben jetzt ein letztes Upgrade. Hier? Nee, bei mir, bei dieser einer Maschine. Achso. Ein Zuschauer, oh, da geht es aber ab hier. Da siehst du, ich kriege auf Twitch einfach keine Zuschauer. Aber es gibt dann Leute, die gehen da rein und haben sofort 5, 6 Zuschauer, na? Egal, was die machen. Egal, wie schlecht das ist. Es ist wurscht. Die haben hier 5, 6 Zuschauer. Und ich kriege das nicht gebacken. Da einfach ein paar Leute herzukriegen, das ein bisschen zuschauen. Ich meine, im Grunde genommen ist es vorkommend egal, weil die Reichweite, die musst du dir sowieso... No, Max Level. Ich habe es geschafft. Ich würde gar nicht Max Level machen. Was hast du denn? Was hast du denn abgegradet? Oh, Delivery, Nils. Oh, ich mache Delivery. So, was gibt es denn schönes? Äh, 19 Boxen, 16 Enten, ja, okay. Ja, 10 Minuten, dickerisch. Schaut mal locker. 10 Minuten schaffst du ganz, ganz, ganz locker. Wie gesagt, nur alleine wird es halt schwierig. Aber sonst. Wir haben ja hier noch Fuchs an der Kasse. Ja. Alles gut. Ah, ne, die hilft sogar auch mit. Ja, Fuchs ist der Beste. Müsst du mal schauen, was die Leute kaufen müssen. Das ist unglaublich. So. Ich habe das mit Fuchs lange gespielt. Vielleicht mache ich mit dem auch nochmal so eine Session. Ist halt bei den Jugendlichen immer schön. Wir haben, wir haben sehr, sehr oft geredet, aber sehr, sehr selten live gezockt, so. Ja, weil du immer abends spielst und ich spiele eigentlich immer in der Früh. Ja, eben. Aber dafür haben wir, also wir haben, dafür haben wir sehr, sehr viel geredet. Also wirklich, wir haben ja im Weiß meistens immer abends, gegen abends. Und das ist so, wie man meistens, also meistens so gegen ein bis zwei Stunden. Da war ich schon wieder, da war ich eigentlich schon immer im Ruhestand. Wie heißt das? Äh, Ruheabend. Da war Feierabend. Ruhe. Feierabend. Ne, ne, es macht Delivery, nicht da rein. Achso, was braucht man noch? Ne, ne, es macht Delivery, nicht da rein.